Hallo meine Lieben! Jeder, der sich ein neues Produkt kauft, will natürlich wissen, was kann das und wie funktioniert das? Deswegen werde ich euch heute die neuen Produkte von L'Oreal Paris Total Cover genauer zeigen. Als allererstes stelle ich euch die neue Foundation von L'Oreal Total Cover vor. Die gibt es in vier verschiedenen Nuancen. Also zum einen muss man sagen, die lassen sich ultra leicht auftragen auf die Haut und man sieht auch wie deckend diese Farben sind. Man kann aber natürlich auch zwei verschiedene Farben miteinander mischen, damit man wirklich die perfekte Farbe für seinen Hautton hat. So, man sieht auch hier schon ideal, wie meine ganzen Adern abgedeckt werden. Also es ist wirklich phänomenal. Was ich euch auch noch zeigen kann, ich habe hier nämlich eine kleine Nabel-Moment. Ich trage da jetzt von meiner Farbe, die ich benutze, noch ein Ticken hier auf diese Narbe drauf und tue die hier einarbeiten und man sieht schon, sie ist weg. Ja, man kann die sehr, sehr gut einarbeiten und man sieht einfach nichts mehr. Hey, wie verrückt das einfach ist. So und jetzt seid ihr dran. Probiert es aus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir sehen uns. Ciao! Ciao! . Ciao! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017